Willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country. Willkommen im Level Selbstgestreckte Brücken. Warum auch immer es diesen Namen trägt, aber dieses Mal versuche ich es natürlich zu geschaffen. Hab, hab, hast du dir sogar gedacht, du verdammtes Gürtel, dir? Wieso, what the, wieso hat er mich getroffen? Das ist nicht mit Fairness verbunden, what the fuck. What the fuck. Ja, ihr Kremlins seid ihr sowieso scheißegal. Hopp, hopp. Yeah, und schon aber wieder Donkey Kong im Geschlepp. Schlepptoe, Äffchen auch. Okay, und schon haben wir da noch einen. So. Ah, ja, ich kann mich da so geraum an etwas erinnern. Zig Tode, immer wiederholend. Goddammit. Ah, komm, den erwische ich. Mh. Yeah. Take it. Like the fucking crocodile you are. Hm. Gut, das hätte jetzt eventuell besser laufen können. So. Zack. Zack. Hupsala, was ist denn da passiert? Hm. Ah, schon verkackt. Verdammt. Mh. Scheiß Mütze, du bist schuld. Warum trägt der Affe überhaupt eine Mütze? So. Gott, war das ein Sprung. Jawohl, geschafft. In your face, bitch. Huh. Gehen wir mal direkt zurück speichern. Sicher, sicher. Man will ja kein Risiko eingehen, das man später bereut. Safen. Safen. Zu 39%. Hm, 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 hm. So, Bossfight. Really gnaughties Raserei. Ein weiteres von denen hier. Diese verdammten Biber. Zack. Ja, du bist jetzt nicht gerade der bedrohlichste Biber, den ich gesehen habe. Da gab es schon andere Bibers. Oh, was ein Sprung. Okay, er hat mich erwischt. Aber egal, dafür habe ich ihn gekillt. Äh. Und scheinbar ist die Banane mein. Wo ich noch gar nicht wusste, dass Nintendo Bananen herstellt. Krims Krams GmbH. Ölfass-Boulevard. Okay. Ah, Biber, Biber. Okay. Jetzt aber. Mal ernsthaft hier, ihr verdammten Krokodile. Sterbt im Feuer. Zack, zack. So. Brennende Ölfässer ist jetzt nicht unbedingt das, was ich sonderlich sympathisch oder entspannt finde. Das hätte nicht passieren dürfen. TNT. Geheimgang. Hell yeah. Schön, eine einzelne verdammte Banane. Wollt ihr mich verarschen? Nö, 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 nö. So mache ich das nicht. Gibt keine Bananen. Zack. Phasenweise Biber-Morde. Zack. Oh Mann, hier gibt es so viele Verstecke und verdammt viele Krokodile. Also, jetzt das Rad schieben, Mann. Oh, verdammt, jetzt ist es weg. Scheiße. Jetzt komme ich dann nirgends wo oben dran. Ah, das O habe ich aber trotzdem noch bekommen. Mit Skill, Bitch. Okay. Ja, das ist mir zu riskant. Das lassen wir mal direkt. Ah, verdammt, und der zweite hat mir eine mitgegeben. Okay, nicht schwarz sehen. Das ist trotzdem alles noch machbar und schaffbar. Und wir haben ja wenigstens den Save-Point erreicht. Das ist also manchmal ein Vorteil. Stirb, Affe. Verräter. Autsch. Okay, von da kommen wir auch schon mal nicht da dran. Jetzt läuft es gerade nicht so ganz prickelnd. Das sind ein paar Tode zu viel. So, den haben wir erledigt. Jetzt die Kremlins. Zack, erwisch du, Sack. Hä? What the fuck? Den habe ich doch platt gemacht. Das ist ein verdammter Hacker, Affe. Und was denn das Wort ist, Affe? Stirb, du dämlicher Cheater. Beziehungsweise dein Onkel Charlie ist ein... Che... Ach, mein Gott. Was mache ich denn? Bin ich denn jetzt schon komplett inkompetent geworden? What the hell? What the hell? Okay. So. So. Bananen. Jetzt brauche ich jede Banane, die ich kriegen kann. Verdammt. Ich muss Leben zurückkriegen. Zack. Zack. Ja, schön. Du werf mal da. Ich ignoriere dich mal direkt komplett. Abwarten, bis das Feuer weg ist. Zack, hoch und drauf. Wow, 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 wow. Ihr passt mal gut auf, wo ihr euren Scheiß hier hinwerft. Damit könnt ihr Leuten ernsthafte Verletzungen am Kopf oder Bein oder so verschaffen. Das ist nicht gut. So, wenigstens habe ich jetzt schon mal wieder Donkey Kong. Autsch. Dafür bin ich Diddy Kong los. Yeah. Das ist nicht gut. Also der hat eine ziemlich hohe Wurfrate, der Typ. Der wirft zwei Fässer auf einmal, aber das ist mit dem krumm. Okay, jetzt aber. So. Erledigt. Criminal Nummer eins. Criminal Nummer zwei. Ausweichmanöver. Und Tschüssi. Oh shit. Oh, Gott tot. Game over. Yo. Und das nur, weil ich so kackbummig bin. So. Aber egal, wir brauchen jetzt zum Glück nur den Bossfight nochmal machen. Das ist jetzt auch nicht so der Weltuntergang. So. Zack. Auf den Biber mit Gebrüll. Take it. Zack. Aber verdammt, warum springe ich dem ins Gesicht? Was mache ich denn jetzt hier gerade? What the fuck? Ja, du spring mal da deine Sprünge. Wow. Holy shit. Drei. What the? Ach du Scheiße. So, besiegt. Zack, zack, zack. Und wieder habe ich die Banane, wo dick und fett Nintendo draufsteht. Ich wusste zwar gar nicht, dass die sowas herstellen, aber immerhin. Okay. Und jetzt legen wir mal ordentlich hier los. Hopp. Wow. Epic Fail. Das war wirklich ein Epic Fail. Oh Gott. Ich wurde von einem zurückgebliebenen Biber umgebracht. Das ist... Nein, das ist... Das ist nicht passiert. Ich... Nein, 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 nein. All... Wollt ihr mich jetzt verarschen? What the fuck? Okay, okay. Jetzt aber, jetzt aber. Schnell und geschwind. Zack, zack. Kann doch nicht sein. So. Ich brauche das Leben unbedingt. Oh, cool, cool, cool. Zack, zack, zack. Und das Leben gehört mir. Yeah. Klatsch, klatsch, klatsch. Daumen hoch. Fuck yeah. Das Leben gehört mir. Zack, zack. Das hätte mir unter Umständen abgewöhnen zu sterben. Das ist nämlich nicht so positiv für den Fortschritt. So, gar nicht. So, jetzt aber hopp. Verdammt. Skong haben wir auch. Allerdings habe ich Donkey Kong verloren. Also ist das eigentlich hinfällig. Aber ich habe schon mal einen Zwischen-Safe-Point. Zack, zack. So. Nein, 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 nein. Ich liefere mir gar nicht aus dem Kampf, wenn ich nicht sicher sein kann, dass ich den auch gewinne. Oh, verdammt. Falsch gesprungen. Falscher Zeitpunkt. Schlechtes Timing. Okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Zwei Leben haben wir noch. Ich habe genug Leben übrig. So, das Fass. Machen wir den hier und tschüss. Oh, das war sogar ein Fass, wo Donkey Kong drin sein sollte. Ups, wieso habe ich das denn nicht gesehen? Ach Gott. So, den haben wir schon auch mitgemacht. Und tschüss, du Affe. Hopp. Zack. Sprung-Technik 2. Verdammt. Zack, 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 zack. Alles meins. Ah, verdammte Scheiße. Hm. Okay, Leute, dann erstelle ich euch diesen Part erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ansonsten, bis zum nächsten Part. Tschüss.